Musik Die Bibel berichtet uns sehr detailliert in den Heilungsgeschichten, die dort notiert sind, darüber, wie lange manche Menschen krank gewesen sind. Musik Das ist kein Zufall. Gott möchte uns etwas Bestimmtes damit sagen. So heißt es beispielsweise bei dem Gelähmten, der am Teich Bethesda lag, dass er 38 Jahre lang schon krank war. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war. Als Jesus diesen da liegen sah und wusste, dass es schon lange Zeit so mit ihm steht, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Und 38 Jahre litt dieser arme Mann an seiner Krankheit und auf einmal begegnet Jesus ihm. Er weiß, dass der Mann schon lange unter dieser Not leidet und er fragt ihn, willst du gesund werden? Ich finde das eine wunderbare Botschaft. Oder beispielsweise eine Frau, die unter Schwäche litt, da heißt es und siehe, da war eine Frau, die 18 Jahre einen Geist der Schwäche hatte. Und sie war zusammengekrümmt und völlig unfähig, sich aufzurichten. Jetzt berührt sie und sie wird geheilt. 18 Jahre litt diese Frau unter dem Leiden. Oder beispielsweise bei dem Gelähmten an der schönen Pforte. Das war, nachdem Jesus schon zu Himmel gefahren war und der Heilige Geist gefahren war. Das war zur Zeit der Urgemeinde. Da heißt es, und ein Mann, der von seiner Mutterleibe an lahm war, wurde herbeigetragen. Man setzte ihn täglich an die Pforte des Tempels, die man die Schöne nennt, damit er Almosen erbart von denen, die in den Tempel gingen. Und dann im nächsten Kapitel heißt es, der Mensch war mehr als 40 Jahre alt, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war. 18 Jahre, 38 Jahre, mehr als 40 Jahre litten diese Leute unter furchtbaren Krankheiten und Gebrechen in ihrem Leben. Dann begegnet ihnen Jesus oder seine Nachfolger und die Menschen werden geheilt. Die Bibel möchte ganz klar uns mitteilen, es ist vollkommen egal, wie lange du schon unter einer Not, unter einem Gebrechen leidest. Es ist egal, ob das 10 oder 15 oder über 40 Jahre ist. Gott kann und will deiner Not begegnen. Es ist wie bei dem Gelähmten, dass Jesus kommt und sagt, willst du gesund werden? Du bist schon so lange krank, willst du gesund werden? Ich habe die Möglichkeit. Du brauchst die Krankheiten nicht als etwas zu akzeptieren, was dein Leben bestimmt. Was sozusagen wie ein Schicksal ist, aus dem du nicht mehr rauskommst. Sondern wenn du Jesus begegnest, dann kann jede Krankheit und jedes Gebrechen aus deinem Leben weggenommen werden. Ich möchte dich ermutigen, neu zu glauben, dass Gott in dein Leben eingreift und dich freisetzt von Krankheiten, von einer Notsituation, unter der du vielleicht schon sehr lange leidest. Ich habe gehört, dass in Afrika ein Mann sehend geworden ist, wie der sein Augenlicht bekommen hat, der von Geburt an blind war. Das Interessante dabei ist, der Mann war über 80 Jahre alt. Gott kann eingreifen in deinem Leben, wie lange auch schon eine Not da immer gewesen sein mag. Ich glaube, dass du ganz neu glauben kannst und darfst, dass Gott etwas Neues für dich hat, dass er mehr für dich hat und dass er eine neue Freisetzung für dich hat. Gerade in Bereichen, in denen du schon lange, lange leidest. Er hat wirklich mehr für dich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017